Hallo Leute! Willkommen zurück zu Genshin Impact! Wie man sieht, ich habe neue Kopfhörer und ein neues Mikro ein bisschen. Weil davor habe ich ja vom Laptop aufgenommen und hoffe, dass es jetzt mit dem Soundbiss ist, dass man nicht mehr hört, während Soundeffekte dabei sind. Falls nicht, muss ich das später nochmal einstellen. Ja, auf jeden Fall, ähm, klatsche ich hier ein paar Aufgaben hin. Warte. Ich wollte hier einmal diese Aufgaben hin klatschen. Um hier ein bisschen, äh, wie nennt sich das nochmal, Urgestein zu farmen, um, ähm, halt, hätte ich auch hier gleich machen können. Für, äh, die hier. Die sind nämlich gerade im Gebet, ähm, guck hier. Die sind gerade im Gebet, äh, zugänglich und ich würde gerne die hier holen. Oh, ich kann bald wieder. Ich brauch davon zehn, zehn. Habe ich, äh, heute wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, dann habe ich noch, äh, letztes Mal vergessen. Was war das hier? Ähm, was hier? Ähm, da habe ich ja was gesagt gehabt. Ah ja, genau, hier war das. Glaub ich. Ja, das hier wollte ich zeigen. Das habe ich nämlich letztens mal gemacht, ähm, da könnte ich hier so, äh, Charakter wahrscheinlich holen. Hab mir den hierher geholt, oder wollte mir holen, aber hab seine Mission verkackt. Ähm, ich probier das mal aus. Das war's. Dafür, ähm, rüste ich aber wieder mein, äh, Standard-Team aus. Zurzeit habe ich hier X-Faktor. Dann habe ich hier das B-Team. Sieht so aus. Mit, äh, Diona habe ich neuerdings dazu gekriegt. Die kleine Neko-Maus. Ähm, die Rosania ist schon neu. Ähm, sie hieß neu. Die Jennifer nenne ich sie jetzt mal. Äh, der Ch-Ch-Ch-Chon-Gun. Chon-Gun. Ich hab ihn hier halt mit dem, ähm, die, der Freund von Noel würde ich jetzt mal sagen. Weil er, ähm, Eis ist und auch so ein fettes, ähm, Schwert hat. Und ja. Dann gehen wir mal hin und gucken, ob wir, ähm, äh, die Herausforderung schaffen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann mache ich, äh, noch die Herausforderungen. Und dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja in den Kamis, äh, kommentieren, ob, ähm, das mit den Mikro-Einstellungen so gut sind. Hi, ich hab dich aber schon in meinem Team. Ich bin Noelle, Seppiros-Ki-Sidern-Maid. Ich bin Noelle, Seppiros-Ki-Sidern-Maid. Maid? Äh, eine Ritter-Markt? Oh, ich bin Noelle, ich bin noch nicht so ein Fisch-Ki-Sidern-Maid. Dann erfahren wir noch ein bisschen was von ihr. 早くこの鎧に見合う騎士になるため、 メイドの身分で騎士団で騎士修行をしています。 äh, durchlaufen ich gerade die Ritter-Ausbildung des, äh, Ordens. はい, ich habe auch noch nicht zu sein, aber ich bin ja schon noch flammend. Ich werde auch schon noch nicht zu sein, aber natürlich, ich bitte die Alper-Ki-Sidern-Maid und wie man ein wahrer Ritter des Ordens wird. Ich frage... ich frage mir auch, wie man ein Graf von einem Roppel angreift. Das ist Graf. Und Keoh erhält mich mit diversen kleinen Aufgaben. Und Graf. Ich hab sogar Fung, Fung, noch 감사. Achso, Sie baut, du scheinst dir viel mehr zu geben. Oh, das waren jetzt auch mein Herz. Um ehrlich zu sein würde ich, schon immer grad von einem Ehrenritter erhalten. Ich dachte, ich habe mir mir nicht mehr so geholfen. Ich habe mich auf dem der Nähe des Wondos-Montschuss gesehen. Ich habe mich schon oft auf den Straßen gesehen, aber ich konnte es nicht mehr so erzählen, dass ich mich nicht mehr so versuche. Ich habe noch nicht mehr so geholfen, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe mich nicht mehr so geholfen und erst einmal auf den Tisch geschehen. Nicht so, weil ich gerade mit den Aufräumungen für die Ritter fertig und wollte mein heutiges Training beginnen. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, müsst ihr mir bei den Ritterausbildung helfen? Äh, klar doch. Dich zwingt keiner dazu. Ne, ich mach klar doch. Ich möchte dich um deine Meinung als Herr, was erfahrener Ritter. Ich fühle, aber meine Ritter, was, Ritterlichen, äh, Übung und Pflichten als Maat. Ich bin mir dabei, aber meine Ritter, ich bin glücklich, ich werde über die Ritter und ich bin ein Fischer. Ja, ich bin dein Ernst, was, also nicht sie. Ich bin eigentlich, dass ich nicht so einen Sportfunk über die Ritter gehen konnte. Das ist es wirklich schwer. Und ich würde mich auch über die Ritter um zu bringen. Was ist die Saitawa? Okay, krass. Heute habe ich mir bereits die Sekunde auf. Ich habe bloß das Gefühl, dass etwas fehlt. Stärke. Naja, eigentlich schon, aber nachher ist sie beleidigt. Aber wenn sie schon wund gelaufen ist, dann sollte sie ein bisschen Ruhe, oder? Jetzt muss ich nicht mehr so sagen. Aber ich habe auch einen Druck. Ich habe aber auch einen Druck. Ich habe mich schon wieder empfangen. Ich habe ja noch einen Druck auf dem soll. Ich habe einen neuen Kunde aus dem Buchstab. Ich habe einen neuen Kunde aus dem Buchstab. Ich habe einen neuen Kunde aus dem Buchstab. Ich habe mich auch auf die Hohfmann-Pierre. Ich habe mich sehr stolz aufgewachsen. Das ist natürlich auch der Kunde. Ja, natürlich. Aber man kann sich nicht mehr als Kunde auf das Kunde auswählen. Ich habe mich auf meinen Geist-Burzeln. Ja, ich habe mich auf die Kunde auswählen. Ich habe mich auf den Kunde auswählen, Sie haben das ähh Halspferde blablabla ich kenne die Halspferde da habe ich ähm die Kleine immer beim Training geholfen diese eine ähm wie hieß die nochmal ihr wisst schon wo man als tägliche Mission ab und zu hat ah nein da ich dachte da hinten oder ist es das? Das ist doch schon der Schmutz. Ah, hier ist die Elin gewesen. Ich bin auch hier dran. Ich habe den Ehren-Ritt-Blusst noch nicht so über die Trenierung gesucht. Sie sollten die Basis-Überung sehen. Es gibt hier ein Gelände noch zu Holzpfähne? Auf dem Gelände, sorry. Dann reicht die normalen Fähne nicht aus. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, einmal diesen Spezial-Effekt. Oder einfach so durchharsch. H-Hon-tun, die sind ja selber das. Ja, das ist ja selber das. Weil, das auch sehr stark war. Ah, danke. Ich hätte das nicht mehr. Ich hätte das andere nehmen sollen. Das ist ja so. Aber ich habe keine Kraft für mich. Ich bin nur auf meine Stärke auf. Ich weiß nicht, wenn ich mich mit den Ritten-Trennen-Messen kann, ich mich nicht mit den Ritten-Trennen-Messen kann. Ich habe mich mit den Ritten-Trennen-Messen. Ich habe mich mit den Ritten-Trennen-Messen. Ich bin auch derνα Von prosecutem Kon-Trennen-Messen. Ich wollte sagen, das Parsffekt bis ich erscheint. den Mondstadt tätig, oder? Du verlässt Mondstadt fast nie für ein Training, oder? Kacke, das ist jetzt wieder so eine 50-50-Frage, wo man hier so stellt. Wobei das im Fall richtig sein könnte. Aber wir haben sie ja draußen getroffen, also müsste das ja eigentlich das Richtige sein. Du könntest ja Mondstadt umgeben, äh, beginnen. Schleime sind ein guter Anfang. Nee, ich glaube. Mondstadt umgeben, von Beginn an. Meint die jetzt in Mondstadt oder aus Roma? Okay, das war dann wohl die richtige Entscheidung. Perfekt. Ich sehe gerade immer, er ist ein bisschen angelo- äh, angeschw- ange-ditcht. Hoch. Also bis jetzt ist, äh, der Auftrag noch, äh, kleben. Also halt, nicht im Sinne von, äh, ich habe bisher noch nicht verkackt. Weil beim Andech, bei diesem Manet, musste ich in so eine, ähm, äh, äh, Dungeon-Kurine hingehen, wo ich, äh, wo ich, äh, wo ich, äh, wo ich, äh, wo ich verkackt. Da, äh, ja, habe ich schon einfach verkackt. Hey? Ach, ich habe Zeit. Ja! Ach, ich habe es ja alleine bloß. Fällt mir gerade auf. Ja, das ist klar. Wäre Amber dabei, wäre ich, äh, noch okayer und oder? Äh, äh, und dann auch die Zeit. Das schafft man doch nicht! Ich muss nicht! Ich werde die Schmerzen weg! Wie denn auch? Die Zeit war zu schnell weg! Ich hatte immer noch die Sonne und ich hatte keine Möglichkeit zu schützen. Wenn du dich an Amber und Lisa oder Lisa bist, dann... Nein, wenn du dich an dieser Stelle denkst... So darf ich nicht denken als Ritter... sieben muss ich mich auf zu ist die falsche weil die macht des einzelnen für die der überhaupt erst die die stärke das das die 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 Das ist einfach so. Wir sind im Chaos-Kirche. Was die Einheit der Kier-Guiden? Das hat eine Kier-Guiden. Das ist so, was ich nicht so. Was ich selbst? Ich habe das so, dass ich gerade so. Ich werde das letzte Training-Ziel. W-W-W-W-W? Kann ich das? Äh, Poundestivil? Die Wahl eines passendes, äh, passenden, äh, Gegners gehört ebenfalls zu Lahn-Ausbildung. Äh, so deska, kangaetemimasu. Fumuki na teki ozake, nakamata no kombination ozure, äh, oah... Äh, so. Sö, Poundestivil? شر. Kau. Kau. Ich hab dich sowieso in meinem Team. Ich werde das mitnehmen. Ähm, mal kurz hier. Spitz. Einmal was zuerst geben. Noelle! Noelle! Wie ist der Name? Ich werde sofort mitnehmen. Ohne ein paar Räume sind. Was ist das? Ohne ein paar Räume sind. Und dass du, was ich mir das zu tun hast. Ich werde das Ding. Das ist wirklich schön. Ohne ein paar Räume, das ist das. Ohne ein paar Räume. Ich werde das Ding. Ich werde das Ding. Das war's für mich. Ähm, zum Glück bist du unfall. Äh, was glaubst warum wir hier sind? Ich habe gerade in der Nähe und habe mich, äh, meine Namen Ruf. Ich habe es richtig geschafft. Wir waren ziemlich entfernt. Äh, wirklich entfernt? Ähm... Äh, ich habe mir gedacht, dass ich mich überrascht. Äh, ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Du bist, äh, ich habe mich überrascht. Ihr scheint zu sein. Es ist sehr schön. Es ist ein tolles Rund. Und deswegen ist es wegen dem Hedinig's Hedinig. Aber das war die Hildscherr, aber auch das Rundfunk nicht so schwer. Das war's auch nicht so schwer. Es hat auch keine Hildscherr. Was ist das so schwer? Ich habe mich nicht so schwer, aber ich konnte nicht mehr auf dem Kopf. Was ich nicht so schwer, was ich nicht so schwer? Äh... Äh, Schwachwand jetzt nicht. So, so, so? Ich bin nur, wie immer, wie immer. Klingt zwar gut das hier, aber ich weiß nicht, die Absicht war eine andere. Was ist halt damit gemeint, das ist halt die Frage ich ne. Äh, so, so, ich wollte umbeginnen sagen, dass Henning Schaum kommt. Die Absicht kann also ein großer Einschluss aus das Ergebnis. Es gibt eine Begriff, ähm... Äh, Mama kommt. Also kommt die, was. Äh, deswegen bin ich jetzt gleich geboren. Ich bin sehr nah. Ja, ich dachte, du kommst ja schon mal hoch. Dann kann ich ja wieder Licht einschalten, weil ich habe gerade Aufnahme am Laufen. Ich bin ein bisschen an Herzchen machen, aber nicht bei dem Typen, sondern bei einer anderen. Ist sie stärker als im Training? Das ist aber kein Grund, sich nur auf sie zu verlassen. Überlass in Zukunft nicht alles nur ihr. Ja, gut. Ist beides irgendwie richtig? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe wirklich meine Pflicht als Markt des Ordens. Die Beschützerin ist ihre Stärke. Diese Kraft existiert, um andere zu verteidigen. Ja. Und jetzt. Ah, hier. Das war's. Ich dachte, ich kriege noch mehr. Ich dachte, ich kriege den Charakter oder sowas. Ah, ich muss verschiedene Ausgänge erreichen, in dem Fall. Ich habe jetzt den Weg genommen, dann gibt es zwei Endwege und dann hier einen Weg. Und jetzt. Ähm. Oh. Oh. Ich hab's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Ich hab's. Oh, ich hab's. Ach so, dann kann ich aber bei dem anderen Typen jetzt ähm. Warte, falsch. Ähm. Wo hab ich's. Hier, dann kann ich aber bei dem Typen auch. Einfach so weitermachen, weil ich hab das ja in dem Fall, äh, freigeschalten. Das wusste ich gar nicht. Naja, dann kann ich den Typen noch freischalten. Sie und äh, sie. Wenn ich da wieder zwei Schlüssel habe. Und dann hab ich ja das da, wo da fehlen wird. Die Abenteuerstufe. Ich will sie irgendwie haben. Warte, 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 warte. Hat's da auch Amber? Okay, da hat's zweimal den gleichen. Da hat's Knusch. Albedo. Oh, da hat's die. Die ist auch geil. Und die will ich auch haben. Okay, okay, okay. Ähm. Falsch. Das war jetzt einmal dieser Auftrag. Da hab ich's immer noch. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte. Ich wollte ja auch noch das da machen. Um die, ähm, dingster gumster hinzukriegen. Also ich nehm die beide wieder, er hier. Und sie hätte ich genommen. Weil dann hab ich einmal, äh, Blitz und Eis und Feuer und Kristall. So hatte ich's bei den ersten beiden Herausforderungen immer gut überstanden. Bisher. Man sieht so ne Haut drauf, ähm, Haut drauf, Frau. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für mich. Kann man auch gut, dass ich das gut überstehe? Ich bin ein ganzes Wettbewerb, aber ich bin ein ganzes Wettbewerb. So... そう... ここは真ん quivericksal... ここは真ん中のノルウを遠い 戦いに当てるのをお見せします 戦いをかけてもう最強に戦いにも はじめ ان small and yellow 2つのレディングのお前に戦いにも 戦いにあるよ 戦いはじめと戦いにも戦いでくれ 戦いはじめと戦いを打つあると思う 戦いはじめと戦いはじめと戦いはじめ 戦いがちめくれ Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Ja. Das war's knapp. So, meine Freundin, jetzt haben wir diese Klassfüllung abgeschlossen. Dann haben sie einsam erhört. Oh. Oh. Grunenschloss. Dafür brauche ich, glaube ich, mehr ein Walli. Weil der ja so in der Luft schwebt. Ich bin geballert. Ich werde das Schwert geben. Oh mein Gott. Das ist perfekt. So, da ist es einfach. Jetzt kommt es halt. Ich bin das. Ich bin das. Es ist ein Licht. Es ist das. 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 Ich habe jetzt keine Ice Cream dabei, weil... ...hört, so! 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 ...ha... h Department of Health! ...hört, so! ... istemsung so! ...here, in 6 min. ...hört, so! Das ist mein Gehirn. Das ist mein Leben. Dann hebt es so wohl durch den Boden. So, wo ist das letzte? Hier sieht man wie viele Herausforderungen es gibt. So, wo ist das letzte? Hier sieht man wie viele Herausforderungen es gibt. So, wo ist das? In dem Sinne vom Stichatsu sein. Simpli ist die Bordelein. Das nicht so gut. Du kannst es nach der Bordelein. Geht euch weiter. Es gibt keinen Weg! Was ist das? Ich kann es nicht mehr zurückgehen. Das ist die Kraft der Kaisan zu sterben. Ich werde es alles zurückgeben. Okay, und dafür habe ich einmal mitgenommen, damit ich hier auf den Kopf ziehen kann, und ihn dann auszuschalten, wenn er sich nicht so bewegen würde. Okay, und dafür, dass ich nicht so bewegen würde, dass ich nicht so bewegen würde. Okay, und dafür, dass ich nicht so bewegen würde, dass ich nicht so bewegen würde, dass ich nicht so bewegen würde. Okay, und dafür, dass ich nicht so bewegen würde, dass ich nicht so bewegen würde, dass ich nicht so bewegen würde. Mit Level 80 ist er aber voll heftig. Hey there. Und da muss man dann eigentlich bei dem auch so ein, wie heißt das, ja, dieses Zertifikat oder das, das auch. Ja. 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 Ich hab doch eine Mission hier erledigt. Es fehlen noch 5... 800... Okay... Ich hab noch ein paar Leute auf Stufe. Ich glaube dich Bala ich mal auf 40. Ich hab noch nie. Was ich habe noch nie gehabt? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich hab noch nie gesagt, dass es ganz gut ein Problem ist. Ich glaube, wir haben noch ein Problem. Ich bin schon auf 37. Ah, da mach ich. Toll. Auf 38. Oh, die hat bald ja Level Up. Du hast 2, du hast 3, 3. Aber die sehe ich sowieso nicht. 1. 36. Geht auch 36. Du hast 35. 5. 4. 4. 2. 2. 2. Der ist noch so ein Pop. Ich packe dich hoch auf 35. Fast 36. Fast 36 würde ich es fast auch machen. Und den Rest wer rette ich? Ja, okay. Hätte ich gesagt. Aber ich will es dir. Ist auch gut. Gut, gut. Dann bedeutet das jetzt mal auf sicheres Terrain teleportieren und dann Tschüssikows gehen. Ich kann es ja nicht hochfahren. Ich muss ja wieder rausdecken. Ich muss ja wieder rausdecken. Bye-bye. 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 Vielen Dank.